Das ist schön. Die Deutsche Bahnstadt, wo wir finden, kommen die. Das ist Liebe. Ja. Was ja noch total wichtig ist, die Wissenschaftler haben jetzt endlich herausgefunden, warum in London die Themse niemals zu fährt. Und zwar, weil die ja den Tower haben. Der Feuerlager ist angegangen. Es gibt einen Filter übrigens, den sollte man vor allem, was man sagt, schreiben. Der geht so, ist das, was ich sage, wahr? Ja. Es ist irgendwie gut. Und es ist wichtig. Also, wenn ich das zum Beispiel heute angemacht hätte, hätte ich dich überhaupt nicht moderieren können. Nochmal so ein Beispiel. Hier wird das Geld gesammelt, hier wird es zusammengetragen. Ich habe auch schon was geholt. Es ist nicht so, dass ich jetzt bin mit Militär. Ich habe auch schon was. Wir testen jetzt ganz kurz das mal aus. Da gehen wir ganz kurz rüber zur Wohnung an der Straße. Und beamen dann den Bild auf den Zaun. Machen einen kleinen Sohle mit uns. Und dann gehen wir das zurück und machen ihn vielleicht noch mal raus. Okay. Was fandest du selber eigentlich? Ja. Ich wusste ja auch nicht, was wir hier jetzt machen und was kommt. Und den Trailer haben wir auch noch nicht gesehen. Das war alles total interessant. Ja. Ich fand es auch toll. Warst du begeistert? Ja. Wir hoffen, dass der Film überhaupt zustande kommt. Ja. Den Link unter dem Video vorliegen. Den Video, also unter dem Link, versteht du schon. Was noch total wichtig ist, das muss ich jetzt auch mal nachher an dieser Stelle. Die Wissenschaftler haben jetzt endlich herausgefunden, warum in London die Themse niemals zuführt. Und zwar, weil die ja den Tower haben. Und dann plötzlich lachen die Leute manchmal. Diese Witze baller ich dann immer so raus. Genau hier. Im neuen Schauspiel. Und ich hab... Es war totenstill im Raum. Als ich kein einziges... Hättest du nur stecken im Raum. Und ich baller die Witze raus. Was? Vielen Dank. Okay. Das ist so genau wie jetzt. Lacht da jemand? Nee. Dann musst du mal den raushauen. Pass auf. Dann musst du mal den raushauen. Sitzt ein Affe im Wald auf dem Baum und strickt Milch. Kommt ein Polizist vorbei und sagt, Rauchen im Wald ist verboten. Da sagt der Affe, was interessiert mich, der Erbwahlpreise für morgen. Ich geb mir den Fahrrad hier. Ähm... Ich glaub, wir hatten dich dick gelernt. So wie ein Dicker, so ein Kumpel, ein Freund oder was. Wir haben uns gerade kennengelernt und trotzdem schon so vertraut. Schön, ne? Solche Veranstaltungen können wir irgendwie. Irgendwas ist Liebe. Ja. Sag uns doch mal bitte, was du so gelernt hast bis jetzt im Leben. Weis. Die Weisheit bitte. Weisheit? Ja. Ich bin weisheitlich. Du machst das so vergelten. Sozusagen. Kann man sich eigentlich erinnern und dann kannst du die raus. Also jetzt hab ich die Angst nicht überhaupt nicht verstanden. Ich hab zum Beispiel gelernt, weil weiß nicht heißt nein. Das ist meine Weisheit. So, jetzt du. Nein. Nein. Ich sage, damit ich etwas rein will. Ich muss... Das ist sehr lustig. Das sollten einige Leute mehr tun. Es gibt einen Filter übrigens, und den sollte man vor alles, was man sagt, schalten. Und der geht so. Ist das, was ich sage, wahr? Ist das irgendwie gut? Und es ist wichtig. Also, wenn ich das zum Beispiel heute angemacht hätte, hätte ich dich überhaupt nicht moderieren können. Nochmal so ein Beispiel. Zum Nachdenken für euch. Okay? Pass auf jetzt. Es ist wirklich mal richtig ganz kurz. Also, wisst ihr warum in London die Themse niemals zufrieden? Die Antwort lautet, die haben den Tower. Das geht nicht. Na ha. Na ha. Das ist witzig. Das ist witzig. So, jetzt erklären. Der Rest erklärt sich denn hier, Frau? Wir gehen jetzt los zur Rotobahnstraße 8. Kommt bitte alle mit. Wir respektieren, wenn irgendjemand nicht mitkommt. Aber, kommt bitte alle mit. Wir gehen jetzt los. Zieht euch die Jacken an. Wir haben ein stabilisiertes Objektiv. Wir haben ein stabilisiertes Objektiv. Wir haben ein stabilisiertes Objektiv. Auf- und da stimmt es los. Automatische Angezogen von der Kamera, oder? Nee, ich wollte nicht so gut sein. Achso. Ja, kommen sie ja an mit euch im Dorn. Vielleicht gar nicht, ich seh das unterlichten. Aber ich geh Nachtsicht an. So, das haben wir uns gar nicht gesehen. Verdammt. Ich hab Rassen im Gegensatz. Kann ich doch nicht. Da denkt allein wie die Haare vor. Und dann noch... Das ist alles von mir. Das war's. Nee, ich kann noch Robertieren. Ah, jetzt noch. Ich mach noch Robertieren. Ich fühl das dann noch kaputt. Mit den Karten oder so. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020